Musik Herzlich Willkommen zu den Videocutters der D.O. La Mancha. Mein Name ist Peer Holm und heute verkosten wir gemeinsam einen Wein der Bodega San Jose. Der Wein nennt sich La Verdea und es ist ein Tempranillo. Die Farbe ist recht kräftig, ein dunkles Pupurrot. Von der Nase her ganz dunkle Beeren, Kirsche, reife Erdbeeren, aber auch dabei Waldbeeren, recht fruchtbetont insgesamt. Es kommen auch etwas kräuterige Noten hinzu. Also schon eine recht komplexe Struktur in der Nase, die im fruchtbetonten Bereich zu finden ist. Am Gaumen ein sehr würziger Auftakt, gut strukturiert, Kräuter, aber auch die Fruchtaromen sind wieder da. Es geht so ein bisschen in diese Richtung Holunder, recht würzig, auch die Kräuter sind da. Also schon ein relativ komplexer Wein, den man meines Erachtens sehr gut zu kurz gebratenem trinken kann oder auch im Sommer zum Barbecue. Und dann sondern einfach durch den Anerkennung. Und es gibt einen interessenden Jahr eine Dimension von Krebsche. Ü Administration, als Karlsruhe in der Nase hervorbereitenden Jungsrate the MולDidPro. Und es geht so ein figured zu wenn man jeden Tag wiederum, ist der Anfang nicht mal vor Ortbildern. Der Möchte Erachtens sehr gut zu erhebern. Nein also relação zu einem weiteren multiplat요, vertreiben eines L여ven Haus? Was kein Beispiel Euro permettet Himmelschi? Der Möchteindre Superschutz, -" Municipale TIMB-Deutsch다면יגneędschaft und Effectage auf Deutsch nichtいました? Vielen Dank.